Hallo zusammen und willkommen zurück zu Surviving the After Mars und einem neuen Spiel. Nein, kein Tutorial, bitte. Wir nehmen, ah, puh, verlassen und unerbittlich. Katastrophen, ja bitte. Zuverlässige Auto, genau stehen geblieben, eine Gruppe von Überlebenden, die für sich selbst sorgen kann. Ja, ich mache es so wie letztes Mal, ungefähr zahlreiche Herausforderung. Weg ist steinig, aber nicht ungerecht und wir haben hier so ein neues Logo vielleicht und rot. Von mir aus rot, warum nicht? Wir brauchen außerdem einen Koloniename, den, ich weiß nicht genau, wie wollen wir den nennen? Boxies? Oh Gott. Mit Apostrophen S, natürlich. Koloniemotto, überleben und erblühen. Ach, das finde ich schön, das lassen wir. Schwierigkeit, 67, so wenig? Was ist ein 100? Ist dann super schwer oder? Ach, egal. Komm, wir wollen ja auch vorwärts kommen und uns nicht von Katastrophe zu Katastrophe hangeln und da fällt mir gerade Surviving Mars ein, was ich damals gespielt habe mit super dupe schwer und es ging. Ich habe überlebt, aber ich bin nicht vorwärts gekommen. Ja, das ist so ein, also Überleben am Limit, wie gesagt, von Katastrophe zu Katastrophe hangeln, aber eben nicht den Mars erblühen lassen und Mars erblühen lassen bringt mich dann wieder zum nächsten Punkt. Green Planet, das DLC habe ich schon eine ganze Weile. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, aber damit möchte ich gerne noch ein neues Let's Play starten und das dann hier auch auf diesem Kanal veröffentlichen. Nicht auf meinem anderen Kanal, wo ich sowieso schon Let's Plays habe. Auf dem anderen Kanal habe ich gerade Pokémon und Transport-Automatisierungssimulationen, so in der Art Rewy Empire und so eine Sachen. Transport Fever 2 und Pokémon habe ich schon erwähnt. Und auf diesem Kanal möchte ich eben diese Koloniebau-Apokalypse-Alien-Weltraum-Ding wieder etablieren. Immer wieder werde ich gefragt, was ist denn hier mit Panzer-Videos und so. Neulich habe ich Mats dazu eine ganz ausführliche Beschreibung, Erklärung gegeben, schriftlicherweise. Warum lädt denn das hier nicht? Geht das nicht weiter? Abgestürzt oder was? Und gesagt, ich habe schon ein Video aufgenommen und dann doch nicht veröffentlicht. Vielleicht ist es so bla bla. Und ich dachte, Gelaber will auch keiner hören. So, beim zweiten Mal laden hat es dann funktioniert. Ich muss das Spiel leider neu starten. Es ist abgestürzt beim Laden des Spielstands. Deswegen ist das Kolonie-Motto ein anderes. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, ein neues auszuwählen. So, wir haben hier unser kaputtes Tor. Wir haben hier unsere paar Leute ohne Wohnraum. Und was sollen wir hier immer machen? Baue mehr Unterkünfte. Okay, wir gucken mal. Wir bauen eine Notunterkunft. Hier drüben hin. Hier so für acht Leute. Und wir bauen noch zwei Zelte. Und die würde ich aber haben wir denn da? Können wir eine Straße? Ich muss mal ganz kurz gucken. Straße können wir schon. Schotterstraße. Ja, sehr schön. Okay, okay. Wieso geht das nicht? Weil das an den nuklearen Abfall dann grenzt. Ähm, ist nicht so schlimm. Machen wir ein Zelt hier hin. Und hört ihr das? Ich höre hier so ein Motorengeräusch. Ich glaube, die sind hier schon wieder in der Umgebung bei mir beschäftigt mit Oh nein, das war Mist. Oh, abbrechen. Geht das? Geht. Ich wollte das gerne hier hinbauen. Ein bisschen Platz dazwischen lassen. Und dann, ja, äh, was wollte ich sagen? Hier, Laub einsammeln und so weiter. Und den ganzen Tag, meh, 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 meh. Geht wahnsinnig. Wahnsinnig. Sie treibt mit mich in den Wahnsinn. Ich nehme meine Tastatur. Ich schlag die gegen den, so wie das Kind, was im Computer spielt. Ich weiß gar nicht mehr, was er spielen will. Ah, ist auch egal. So, hört man hier eigentlich was? Ist hier Sound im Spiel? Ja. Okay, ist nur gerade keine Musik. Ist ein bisschen ruhig geworden. Ähm, wir müssen Zeugs abbauen, ne? Wir können, was haben wir denn? Ein bisschen wenig Zement. Hier. Ähm. Ein bisschen wenig Beeren. Und was macht hier? Hier ist unser Lagerplatz im Augenblick. Wir haben Schokoriegel und so weiter. Ein bisschen Medizin. Okay. Ähm, so weit, so gut. Wir haben leider so viel Wasser in der Nähe. Ja. Und wenig Bauplatz hier drüben, ne? Wenn wir die Beeren abgesammelt haben, können wir in die Richtung expandieren und bauen. Hier grundsätzlich auch. Aber hier ist halt alles voll mit nuklearem Abfall. Hier haben wir auch ein bisschen nuklearen Abfall. Also wir müssen da unbedingt, ähm, diese Umweltstation bauen. Und, ähm, ich bin gespannt, ob ich's jetzt im zweiten Anlauf schon alles ein bisschen besser hinbekomme, als beim ersten Anlauf. Weil ich ja weiß, was kommt. Oder zumindest, äh, was es noch geben wird. So. Und meistens hilft das ja ein bisschen. Ja. Ja, was, was können wir denn noch bauen? Wir können hier draußen das Tor. So, und die sollen mal anfangen. Ich hab jetzt nicht auf meine Ressourcen geachtet und ob ich genug habe. Oder ob da irgendwas fehlt. Aber, ähm, das ist eigentlich alles gut. Können wir schon ein kleines Feld bauen? Ja. Das sollten wir dann auch tun. Hierhin. Ähm. Wir haben einen Fallensteller. Den sollten wir, wir können auch schon hinbauen. Und Fischerhütte ist nicht schlecht. Dass wir das schon machen können. Ah, nice. Hier kriegen wir sogar noch hier neben den Weg. Das ist doch super. Und wir können die Schotterstraße hier lang bauen. Oh, dann sieht das schon mal ganz niedlich aus. Oh, wir haben kein Wasser. Genau, das haben wir noch vergessen. Äh, Wasser ist hier. Wasserbrunn. Auch das, ähm, gebalanced worden. Sie haben gesagt, dass, ähm, Wasser im Falle einer Trockenheit, äh, langsamer verbraucht wird. Weil, ähm, das war ja so, dass der, ähm, was können wir denn bauen? Mais machen wir. Dass die immer sofort leer waren, die, äh, Wasserreservoirs, die man hier bauen kann. Die war, die war, selbst das große Ding war, im Falle einer Dürre oder im Falle der, der Plage, immer sofort leer getrunken. Ja, und man musste etliche Brunnen bauen. Und letztendlich brauchte man überhaupt nichts speichern, sondern hat einfach nur Brunnen gebaut. So, und das soll eben jetzt alles ein bisschen, ähm, besser gebalanced sein. So, mal sehen, wir haben, ähm, kein Holz mehr. Wir sollten, viele Träger haben wir denn. Die Arbeitszone einfach ein bisschen mehr darüber legen, dann sammeln wir auch das Holz ein. Ja, muss man gucken bei Ressourcen. Ja, Holz und Beton ist das Einzige, was wir hierfür brauchen, für Plastik. Den Recycler bauen wir. Und dann auch hier drüben. Mal sehen, Felder. Ach, wir bauen neue Felder dann hier drüben, glaube ich, wenn wir das freigeräumt haben. Ja, wir räumen ja nochmal. So, ja, aber Priorität hat auf jeden Fall das Tor. Ah, und das, das ist unsere... Ah, ich sehe schon, wir brauchen Metalle, wir brauchen Plastik, alles, was wir nicht haben. Hm. Wir kommen wohl nicht umhin hier, äh, erstmal alle Ressourcen, Teile zu bauen, die wir bauen müssen. Das brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Ja, das ist okay, mal wasser Mangel, das ist natürlich, der hätten wir viel früher bauen müssen, ne? Aber was, fehlt ihm was? Fehlen Bretter. Da ist er hier... Nur Bretter, bitte. Mit höchster Priorität. Und wenn wir aber noch ein zweites... Die Frage ist ja... Eine zweite Lagerhalde. Ach, Bauabbrechen, verdammt. Ich dachte, das wäre die... Den ganzen Sammeln. Die Sammelstelle festlegen. Ähm, so. Ha. Jetzt sterben wir hier schon am ersten Tag, oder was? Weil kein Wasser da ist. Weil ich den Brunnen zu spät gebaut habe und wir Holz brauchen. Ups, nicht hoch. Niedrig, mittel, hoch. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie sie es alle woanders hinbringen, das scheiß Holz. Leute. Ihr braucht die Bretter beim Brunnen, Mensch. Macht doch mal. Kommt keiner auf die Idee und sagt, Durst, Brunnen, ich bringe ein Holz hier unten hin. Ach, Leute. Ja, eh schon alles Holz hier. Das ist doch unglaublich. Und nachts... Ach, kommt schon. Und nachts. So. Ach, Gott sei Dank. Endlich zwei Brunnen. Jetzt haben wir genug Wasser. 12, 22 insgesamt. Wieso macht der hier 7 und der macht 15? Wieso ist der so schlecht? Hm. Vielleicht hätten wir den doch woanders bauen sollen. Dann nicht da. Naja, ist egal. Wir haben jetzt hier einen, der soll den Mais bauen. Und der Rest wird hoffentlich auch irgendwann fertiggestellt. Der Feilensteller braucht noch ein bisschen. Dann baue ich mal. Baue ich mal die Sachen, die wir letztes Mal schon angesetzt hatten. Schürfzug sollte hier hin. Und der Recycler hier hin. Und dann haben wir alles, ne? Metall, wir haben Plastik, wir haben Zement, wir haben Holz. Wir bauen dann Sägewerk und so weiter. Wenn es soweit ist, aber erstmal bauen wir die Sachen, um alles für das Tor zusammen zu bekommen. Um uns die Außenwelt zu eröffnen. Okay. Eine fast erfolgreiche erste Folge. Ein guter Start in diese Kolonie. Vielleicht auch nicht. Moment, was haben wir Ressourcen? Ja, okay. Wir holen Holz von hier. Wir holen Beton von hier. Nahrungsmittel. Dann von hier. Wir kriegen auch schon Fische immer hin. Ich hoffe, die können die auch. Bisschen Dörrfleisch, Protein, Rügel, Kartoffeln, Fische. Läuft noch nicht so. Aber den Feilensteller können wir nicht. Wir brauchen Plastik. Das heißt, wir brauchen den Recycler. Und der kommt bald. Wir brauchen eigentlich nur noch Zement. Wir haben auch Zement. Ja, also es geht alles seinen Gang. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer. Daumen hoch. Auch wenn es ein neuer Neustart, ein holpriger Neustart ist. In einer Kolonie, was wir eben eigentlich schon gesehen haben. Aber wir werden bald bald schon wieder da sein, wo wir zuletzt aufgehört haben. Und dann, jetzt können wir auch das hier bauen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es geht voran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.